Meine Damen und Herren, ich freue mich, Sie auch heute wieder hier auf Klagemauer TV begrüßen zu dürfen. Doch leider mit keinen erfreulichen Nachrichten. Heute, am 18. März, ist es in Frankfurt anlässlich der Eröffnung der neuen Zentrale der Europäischen Zentralbank zu schweren Krawallen gekommen, durch das gewaltbereite radikale Bündnis Blockupy. Pflastersteinschlachten, brennende Autos, rauchende Barrikaden, zerstörte Geschäfte, über 80 verletzte Polizisten und behinderte Einsatzkräfte der Feuerwehr. Kurz, bürgerkriegsähnliche Zustände in einer deutschen Großstadt. Wann hat es das zuletzt gegeben? Doch vor allem, wo bleibt der Aufschrei der Massenmedien darüber? Seltsamerweise wurde heute den ganzen Tag hinweg auf allen Kanälen mit Live-Tickern und Reportagen über die Ausschreitungen in Frankfurt so berichtet, als handele es sich dabei um eine große Sportveranstaltung. Es gab sogar Tipps und Tricks darüber zu hören, wie man sich in Frankfurt zu bewegen habe, welche Viertel man eher meiden solle, wie die Börsianer auf den Krawall reagierten und so weiter. Auf eine deutliche Verurteilung dieses dramatischen Missbrauchs der Demonstrationsfreiheit durch Blockupy wartete man allerdings vergeblich. Doch wer steckt hinter Blockupy? Bei Blockupy handelt es sich um ein Bündnis von Antiverstörern und sonstigen extremistischen Krawallmachern. Als Aufhänger für die heutige blindwütige Zerstörungsurgie instrumentalisierte das Chaosbündnis leider einmal mehr ein durchaus berechtigtes Anliegen. Man wolle die Eröffnungsfeier des neuen EZB-Turms blockieren. Es gäbe nichts zu feiern an Sparpolitik und Verarmung. Man wolle, ich zitiere die Website der Veranstalter, dieses Event der Macht und des Kapitals unterbrechen. Zitat Ende. Geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, in den vergangenen Monaten konnte man beobachten, wie jeder aufkeimende friedliche Volksprotest durch Politik und Massenmedien im Keim attackiert und teilweise erfolgreich erstickt wurde. Dabei sei nur schon auf Pegida besorgte Eltern, Montagsmahn machen und so weiter hingewiesen. Jetzt plötzlich fehlt das Entsetzen derselben Medien völlig, wo sich organisierte terroristische Krawallmacher über eine ganze Stadt stürzen. Es gibt dafür nur eine Erklärung. Diese Chaoten in Frankfurt sind den Medien und ihren Hintermännern willkommen. Sie scheinen eine akzeptierende Rolle zu spielen und die altbekannte Aufgabe der gelenkten Revolution zu übernehmen, die den wahren Drahtziehern niemals gefährlich werden wird. Klagemauer TV möchte darum zusammenfassend Folgendes feststellen. Blockupy hat an diesem heutigen Tag vorgegeben, gegen die Volksausraubung durch kriminelle Bankster zu protestieren, dabei jedoch rohe Gewalt sowohl angekündigt als auch angewendet. Blockupy hat Spaltung und Hass im Volk geschürt und dafür gesorgt, dass bürgerkriegsähnliche Zustände hier in Deutschland allmählich wieder denkbar werden. Blockupy hat weiterhin sich darum als Werkzeug dieser Kräfte entlarvt, die teilen und herrschen wollen. Blockupy spielt derzeit die Rolle des linken Protestes gegen das rechte Kapital. Doch die Frankfurter Chaoten sind weder links noch rechts. Sie sind einfach nur Chaoten. Das Volk aber, ob von Mächtigen als links oder rechts abgestempelt ist einerlei, muss sich zum friedlichen gemeinsamen Widerstand gegen diejenigen Kräfte verbünden, die Bürgerkrieg in Deutschland provozieren wollen. Die Vereinigung gerechter Menschen, die sich von solchen Strategien nicht mehr spalten lassen, hat darum oberste Priorität. Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, machen Sie mit und unterstützen Sie alle Bewegungen und Bemühungen, die auf friedliche Synergie statt auf spaltenden Terror setzen. Unterstützen Sie dabei auch KLA-TV. Vielen Dank und guten Abend.